Ein Video für den Outdoor-Valet. Ja, was habe ich vor? Er nennt es Schmuckherstellen aus Naturmaterialien. Ich habe mir hier mal einen Holunderzweig geholt. Dann habe ich als weitere Zutat mir schon vorbereitet zwei Hölzchen mit Löchern drin, schon rund geschliffen. Und mein Messer aus Naturmaterialien. Und ich möchte versuchen, mir ein Necklade zu bauen. Der Holunder war nichts. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier anderes habe, was ein bisschen robust ist. Als Kettenschließmechanismus mache ich einen Schlitz. in den Ast. Der braucht auch nur ganz klein sein. Jetzt werden die Beats aufgefädelt. Jetzt muss ich... ...und das Messer nochmal. ...beziehungsweise... ...beziehungsweise... ...Stichweige. So. Das wird jetzt gespreizt und dadurch gezogen. So. 100% Naturmaterialien. Das ist dann so gerade über meinen Kopf drüber. Outdoor-Villet. Outdoor-Villet. So sieht das Ganze aus. Outdoor-Villet. Also dann. Mal sagen, verabschiede ich mich. Mach's gut.